Ja, hallo, mein Name ist immer noch Heinz Buser, befinde mich hier auf der Webseite von WUWI, auf der Unterseite von Auszahlung und hier habe ich die Möglichkeit, sofern ich die nutze, unter der Rubrik Menüpunkt Aufgaben, Füge bei Aufgaben umzusetzen, aufzuführen, zu erledigen und dadurch erhalte ich eine Vergütung und sobald ein Betrag von 5 Euro hier ersichtbar ist im Kontostand, dann habe ich hier die Möglichkeit, diesen Betrag hier mittels Auszahlung jetzt anfangen zu tätigen und du erkennst hier sehr schön, dass hier dieses Auszahlung mit dieser Kennnummerung, die hier ersichtbar ist, entsprechend am 17.07.192240 angefordert haben, Betrag 5 Euro und der Status ist mittlerweile abgeschlossen. Ich gehe hier in mein entsprechendes Konto und du erkennst hier sehr schön, dass ich hier das Euro-Konto habe, die entsprechende Angaben dazu mit dem Datum und da werde ich jetzt hier öffnen, damit du sehr schön erkennen kannst, Buchungsdetails, dass hier das genau so zutrifft, die Angaben zu Konto, Transaktion, Buchungsdatum, und der Text dazu und hier die entsprechende Kennnummerung, wo auch das dann auch entsprechend, ja, so erkennbar ist und ja, das ist die Zahlung hier und du erkennst hier sehr schön, dass hier bereits eine weitere Zahlung hier ausgelöst hat, also angefordert habe und zwar am 15.08.192240 und diese hier, also ich kann monatlich jeweils nur noch eine Zahlung ausführen, mehr geht nicht mehr und dadurch habe ich diese hier ausgeführt und die wird mir dann am 15.09. dann auch so dann angezeigt und dann habe ich in der Tat, sobald ich diese erreicht habe, 20 Aussagen getätigt, also das ist die Auszahlung Nummer 18 von 5 Euro und da sind dann die Auszahlung Nummer 19 und 20 dabei und damit habe ich dann insgesamt etwas mehr als 100 Euro ausbezahlt, das ist hier so erkennbar und das ist das Fantastische daran, einfach dadurch, dass ich die regelmäßig verfügbaren Aufgabe, die hier auf dieser Website zur Verfügung stehen, ausführen und den Betrag von 5 Euro reiche aufzeigen kann und das wollte ich dir hier entsprechend aufzeigen, ich bin selbst etwas verblüfft, wie überrascht, dass es tatsächlich so funktioniert und werde es natürlich weitere Nutzen.